Ich hab die ganzen Dinger. Anweisung. Dreh das Rad mithilfe der Zahlen um was? Um unten das Passwort zu schieben. Finde das Passwort. Setze das Passwort zurück. Dreh im Oben, was oben entgegen den Uhrzeigersinn. Was? Keine Ahnung, what the fuck? Die Mordwaffe ist weggestohlen. Hamilton. Das ist ja das, was ich nicht verstehe. Wieso hat sie auf einmal ihre Hinweistapete mit in der Tasche und weiß auf einmal, dass hier unten irgendwie keine Ahnung der Dolch verschwunden ist. Tja, I don't know. So, wo ist denn? Woher weiß ich denn jetzt den Code davon? Statue? Woher weiß ich denn, was hier richtig ist? Das ist so einfach. Das Passwort hast du schon rausgefunden. Echt? Hilf mir. Hilf mir ist das Weißwort wahrscheinlich. Das ist so einfach. Ach nee, doch nicht. Wenn es so einfach ist, bin ich wieder einfach zu doof dafür, das wahrscheinlich zu erkennen. Poster, was ich entfernt habe? Das Poster, was ich entfernt habe? Ah, hier. Mhm. Asmodai. Asmodai. Oh Gott. 1, 2, 3, 4 war ich jetzt. Dann 2 zurück. Dann D. 1, 2, 3, 4, 5. Haben wir nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und dann jetzt nochmal ein A und ein I. Ne, brauchen wir jetzt. 1, 2, 3, 4. In... Ne, andere Richtung. So. Asmodai. Oh Gott. 1, 2, 3. In die Richtung. Da müsste es richtig sein, endlich. Ist es richtig jetzt? Ich will es ja schon haben. Ruhen und Zahlen. Ein Hardcode? Schon wieder? Neue Schlussfolgerung verfügbar. Juhu. So. Auf diesem Stück Papier steht ein... Ein... Was? Stehen einige Ruhen. So eben wie jenen, die auf der Zeichnung der Glocke gefunden haben. Es könnte ein wichtiger Code sein. Ich weiß es erst, wenn ich den Rest der Seite finde. Hier sind alle drei Teile. Wo habe ich sie gesehen? An dem Stein auf dem Hügel. Die Zahlen könnten der Schlüssel sein. Doch, sie nützen mir etwas, wenn ich die Ruhen aktiviert habe. Ja, aber ich muss doch erstmal... Ich muss doch... Okay, ich glaube ich weiß, was sie zu tun haben. Ich glaube wir müssen wahrscheinlich jetzt erstmal anfangen zu wimmeln. Und wahrscheinlich die anderen Teile finden. Die Frage ist nur, wo wimmeln wir jetzt weiter? So. Hier ist nichts mehr zu wimmeln. Das heißt, wir müssen nämlich jetzt wahrscheinlich erstmal die... ...restlichen Teile finden. Das heißt, ich werde mal eben gucken, ob wir irgendwo ein neues Wimmelbild haben. Wimmel, wimmel. Wahrscheinlich gehe ich immer umsonst zurück, aber egal. Wir müssen ja gucken. Wir sind ja Detektives, ne? Da ist schon mal nichts. Diese Türgeräusche. Man ist draußen und man hört eine Tür knarzen. Ist so lächerlich. Ach ne, warte mal. Hier war ja kein... Doch, da war ein Wohnwagen-Wimmelbild, aber geht auch nicht. Wohnwagen-Wimmelbild. Wohnwagen-Wimmelbild-Party. So. Freunde. Oder muss ich doch erst zum Berg? Gehen wir mal da lang. Wir können ja dann mal die Hütte besuchen auf dem Weg dahin. Wenn wir schon einmal in die Richtung gehen. So, warte hier. Ist hier ein Wimmelbild? Nein, ist hier nichts. Im Keller vielleicht. Nein, jetzt auch nichts. Gehen wir mal gucken. Was uns da erwartet. Ja, war hier, ne? Genau, hier war das. Hier kommt schon auch nochmal ein Wimmelbild. So. Schön. Ja, könnte ein Schlüssel sein. Ist super. Das Problem ist nur, mir fehlen die Teile. Psi. Ich bin hier. Am Ufer. Am anderen Ufer. Aber, hä? Und wir haben immer noch die Strickleiter ist wahrscheinlich, um runter zu steigen, dann in die Katakomben. Dafür brauchen wir wahrscheinlich diese Strickleiter. Aber, ich frage mich doch tatsächlich, wo geht's jetzt weiter? Und wie finden wir die anderen Teile? Hilfe, helf mir, helf mir, helf mir, Opa. Da kann ich immer noch hingehen, aber hier ist also nur die Zettel. Boah, so langsam kriege ich Kohldampf. Hm. Das ist ja, das ist ja echt toll. Das ist ja, wow. Find gut, dass das Spiel mir so viele Hinweise gibt im Expertenmodus. Ich hab's selber ausgewählt, ich weiß es. So. Der Turm. Zum Turm. Der bestimmt schon Oberarme wie Hulk. Vom ständigen Rumrudern. Höh. Nimm das Auto, Kate, und bring euch beide so schnell. Du kannst vom Maple Creek fort. Halte nicht an, bevor du die Stadt erreicht hast. Sobald du bist, finde ein Telefon. Ruf die Polizei und sag ihnen, wer du bist. Kannst du nicht mit uns mitkommen? Ein Serialmordor läuft ihm noch frei herum. Er darf nicht entkommen. Sag der Polizei, ich benötige dringend Verstärkung. Vielen Dank, Detective. Du hast unser Leben gerettet. Detective, ich hab ihn hier in der Kirche gefunden. Vielleicht kannst du es gut gebrauchen. Viel Glück. Toll. Hast du hier mehr davon? Fahr die jetzt weg. Ich weiß ja nicht genau, wo es dient. Ich muss nur noch die restlichen finden. Die Kirche, die Kapelle oder das Boothaus. An die See. Irgendwo müssen sie sein. Ja. Und jetzt ist wahrscheinlich... Ja. Jetzt wahrscheinlich sind die anderen Wimmelbilder aktiviert. Das, wo sie gerade sagte. Das heißt, wir müssen jetzt gucken. Die Kapelle, das Bootshaus und so. Ich würde sagen, wir müssen eh Richtung Bootshaus. Das heißt, wir können ja mal Kapelle und so gucken. Da stehen wir noch. Das ist unfassbar. Hauptsache, er steht hier und er zieht immer die gleiche Schose von seinem. Ist wie ein Albtraum gewesen. So, Tannenzapfen. Korkenzieher, Eichel, Blatt, Schlüssel, Muschel, Schädel, Glocke, Ring und Stift. So. Dann schauen wir mal. Tannenzapfen ist hier oben. Den hatten wir schon mal. Ich werde mal eben ein Schlückchen trinken. Ein Hörnchen hat er uns gegeben. Ein Hörnchen. Was erlaube ich mir einfach im Stream und im Let's Play zu trinken, ne? Unverschämt von mir, oder? Unverschämt hat sowas. Gibt's gar nicht. Gibt's gar nicht. So. Korkenzieher. Für die Gurke. Glocke. Warte mal, hinter meinem Gesicht irgendwas? Ja, da war das Eichenhornblatt. Oder das Eichenblatt. Und wo ist der Schädel? Warte mal, Schädel habe ich gerade gesehen. Da ist er. Da ist der Schädel. Der Schlüssel. Da ist der Schlüssel. Die Muschel. Das ist keine Muschelflex. Ring vorne rechts. Ah, hier, Tatsache. So, Stift habe ich schon gesehen. Der ist hier oben. So, die Glocke. Äh, schon wieder die Glocke anbimmeln. Und die Muschel. Muschel, Glocke und Korkens. Da ist der Korkens, ja. Hab ich gesehen. Der Schlüssel ist mittendruf. Ja, den haben wir schon. So. Muschel und Glocke. Ähm, ja. Wo ist denn bitte die Muschel? Und wo ist die Glocke? Und ich lese diesmal richtig. Boah, wie peinlich. Oh, der kann ja gar nicht richtig lesen. Wo wir anstatt ein, äh, anstatt einer Schüssel, haben wir einen Schlüssel gesucht. Und keinem ist es aufgefallen. Aber auch keinem, ne? So. Glocke und Muschel. Wo ist denn... Hä? Hier oben ist nichts mehr, ne? Ne. Schublade öffnen geht auch nicht. Das ist ein Schwan. Da ist die Muschel. Und wo ist verdammt nochmal die Glocke? Okay, verdammt, so eine Glocke kann doch nicht so schwer zu finden sein. Das ist doch... Das ist doch irgendwie, ne? Ich gucke gerade mal auf dem Aufnahmewildschirm, neben der Laterne. Hier? Ach da, Tatsache. Dämonisches Symbol. Aha, gehört also dazu. Okay. So, jetzt haben wir da gesucht. Ja, was haben wir denn jetzt in der Krypta vielleicht nochmal ein Wimmelbild? Ich schau mal. Ja. So, zwei Laternen brauchen wir. Eine Schriftrolle, ein Blasebalk. Den Blasebalk haben wir gesehen, der ist hier. Omega. Das Omega-Zeichen. Das war das, was wir vorhin schon gesucht haben. Ein Scepter. Ein, äh, die Hörner. Kolibri, Feder und Rose. Die Rose ist hier. Eine Laterne. Zweite Laterne. Die Feder. Mh, die Hörner. Kolibri. Wo ist der Kudal? Da sind die Hörner. Kolibri. Kolibri ist ja der Vogel. Der Zepter ist hier. Schriftrolle. Schriftrolle, Schriftrolle. Wo bist du? Schriftrolle. Das ist keine Schriftrolle. Das ist eine Lampe, ne? Hinter meinem Gesicht. Na, doch. Da ist eine Schriftrolle gewesen. Hinter meinem Gesicht. Ich klicke da immer vorsichtshalber hin. Dann brauchen wir nämlich da nicht suchen. Großartig. So, Kolibri und Feder. Das ist der Kolibri. Auf dem Fass. Und ich habe es genau gesehen. Aber wo ist die Fie-Fie-Fie-Fie-Fieder? Ah, mir juckt's. Mir juckt's. Stelle, merken und waschen. Ich weiß es genau. Freunde, wo ist die Feder? Ich sehe die Feder nicht. Alles gefunden. Bis auf die Feder. Alles. Alles gefunden. Alles gefunden. Bis auf die Fie-Feder. Aber ich sehe die Feder aber auch partout gerade nicht. Ist die wieder irgendwie außerhalb der Range? Nee, ne? Doch, da oben. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. So. Links, ja. Jawohl. So, jetzt haben wir alle Sachen. Jetzt können wir quasi Richtung anderes Ufer gehen. Also nicht, was ihr denkt, ne? Anderses Ufer. Sondern hier mit See und so und tralala. So, da gucken wir mal. Ist noch ein Wimmelbild? Nee. Wir müssen ihn ja stoppen. So. Ja. Oh, jetzt muss ich auch noch die Dings hier eingeben, oder was? Oh, Gott. Ähm. Witt. Erst kommt das, dann das. Okay, der Dings da. Vier, sieben, höh, sieben. Äh, äh, äh. Okay, muss noch mal zurück. Äh. Hier. Aber hä, das ist doch die richtige Reihenfolge, oder? Dieselbe Runde wie am Felsen. Die Zahlen können die Reihenfolge angeben. Ach so. Oh, Gott. Eins, zwei. Okay, also eins. Oh, Gott. Das muss ich mir aufschreiben. Warte mal. Eins. Zwei. So, dann muss ich mal weitergehen. Ähm. Drei. Vier. Fünf. Okay. Jetzt muss ich mal alles behalten. Oh, Gott. Wo war jetzt drei? Äh. Drei. Vier. Fünf. Fünf. Ähm. Sechs. Sieben. Acht. Okay. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Okay. Äh. Ist das sechs? Sechs. Sieben. Acht. Neun. Ja, war richtig. Boah, Gott sei Dank. Ein Loch. Juhu. Aha, die Leiter. Wo ich das Loch hinführen mag. Nett. Entschuldigung, ich musste gerade mal eben. So. Streichhölzer. Huh. Ich erinnere mich nun. Du bist so weit gegangen. Detective. Du willst wissen, was mit ihnen geschehen ist und wie es es wohl auf die Hardtour herausfinden. Stich. Zack. Streichhölzer. Ich erinnere mich nun. 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 Du bist clever. Clever, als ich dachte. Sehr bedauerlich für uns beide. Meine Glocke, du hast sie zerstört, bevor ich meine Schäfchen groß sagen und mich vollständig regenerieren konnte. Herzlichen Glückwunsch. Ich bin machtlos. Ist es wahr? Hast du all diese Frauen umgebracht? Warum? Wer bist du? Ja, doch, das, wer und wann sind nicht von Belang für dich. Du würdest es weder glauben noch verstehen. Es ist egal. Du willst niemandem mehr Leid zufügen. Was befindet sich hinter dieser Tür? Das weißt du nur zu gut, Detective. Doch warum nicht deine Neugierbe befriedigen, hm? Das Geheimnis von Marple Creek. Ziel erreicht. Vor allem, wir haben ihn hier unten reingepfeffert. Hammer. Und so ist alles zustande gekommen. Sieh dich besser um, bevor deine inkompetente Verstärkung eintrifft. Denn sie werden dir nicht helfen können. Opferstätte. Wie viele Leben wurden in diesem bösen Ort auf dem Alltag geopfert? Ich werde alles tun, um ihn zu zerstören, damit hier nie wieder gemordet wird. Ziel erreicht. Opferaltar. Ziel erreicht. Opferstätte. Äh, ja, jetzt. Ähm, interagieren. Hier wurden alle Opfer ermordet. Hm, der gebrochene Hals trägt kaum das Gewicht des Kopfes des Dämones. Ja, was kann ich? Wie zu hoch? Stell dich doch auf den Tisch und nimm die Spitzhacke. Alter, ernsthaft? Muss ich mir jetzt erstmal eine Leiter holen, oder was? What the fuck? Du hast deine Glocke zerstört. Ja, mit der Gurke. So, mir juckt übrigens die Gurke. Danke, Detective. Ich wusste, dass du es schaffen würdest. Es ist nur höchste Zeit, dass ich diesen Fall abschließe. 30 Jahre lang habe ich auf diesen Moment gewartet. Warte. Ich weiß, wer du bist und was du getan hast. Doch er muss vor Gericht gestellt werden. Nein, du hast keine Ahnung, wer ist. Was er ist. Er muss für alle Male gestoppt werden. Ich bringe ihn um. Hier und jetzt. Er soll dasselbe Schicksal erfahren wie seine Opfer. Dann bist du nicht besser als er. Denk an Emily. Hättest du dir das gewollt? Wage es nicht, ihren Namen auszusprechen. Du kannst mich nicht aufhalten. Huch, wo geht er denn hin? Ich dachte, er wollte ihn umbringen. Der ist so einfach nur rum und siehst so, wie er mich totiert. Was macht er denn da? Ich habe so lange drauf gewartet. Heute stirbt er. Muss ich jetzt echt eine Leiter erstmal finden oder so? Ach, hör auf. Ach, hör auf. Emily wants to play. Ich bleibe besser und halte Weide im Auge, bis Verstärkung eintrifft. Was? Wie soll ich denn zoomen? Ketten. Wofür die... Hä? Ich habe Ketten gefunden. Ich habe keine Ahnung. Ich muss hier unten bleiben. Ich wollte gerade schreiben. Boah, was eine Animation. Alter Schwede. Was tust du da? Das, was ich hätte schon lange tun sollen. Es wird keine Morde mehr geben. Detective, wie geht es Ihnen? Wir sind gekommen, so schnell wie konnten. Detective? Sie sehen nicht sehr gut aus. Warum um alles in der Welt ist es hier passiert? Wir müssen Ihren Einsatz sofort nachbesprechen. Detective? Können Sie mich hören? Wir haben gute Arbeit geleitet, Detective. Mein Lieben. Ich würde jedoch, solange der Killer auf freiem Fuß ist, werde ich keine Ruhe finden. Oder so. Ähnlich. Da trau mich, Kate. Wo auch immer er sich versteckt, ich werde jagen und finden. Das schwöre ich. Da flackert etwas im Bild. Und eine neue Glocke. Huch. Da vibriert doch gleich der Controller. Und eine neue Glocke. Fortsetzung folgt. Und damit. Haben wir es geschafft. Mein Gott, wir haben es geschafft. Und das heißt, Fortsetzung folgt. To me continue. Ja. Sehr schön. Gulik. Ja, hast du Gulik. Marek Kontroschowski. Das sind die Designer. Da wird wahrscheinlich noch. Der nächste wahrscheinlich. Ich glaube, es gibt sogar Enigmatis. Ich glaube, es gibt einen zweiten Teil auf dem PC. Wahrscheinlich wird das für die Playstation dann auch vielleicht mal kommen. Irgendwann. Ja. Das war dann jetzt Enigmatis. The Ghost of Marples Creek. Ja. Wir haben es geschafft. Voll geil. Und es wartet ja noch ein weiteres Wimmelbildspiel. Ich habe ja noch ein weiteres Wimmelbildspiel in petto. Was ich gerne machen möchte. Das habe ich mir ja auch schon organisiert. Ist noch nicht runtergeladen. Ja. Ich weiß gar nicht. Eigentlich möchte ich es noch gar nicht anfangen heute. Ich möchte es glaube ich nicht. Wie gesagt, ich habe es noch nicht runtergeladen. Ich möchte es noch nicht anfangen. Das heißt. Und zwar ist es der zweite Teil von. Lass mich kurz nachdenken. Es ist der zweite Teil von Nightmares from the Deep. Irgendwas mit Ghost Blablabla heißt das. Weil wir haben ja Nightmares from the Deep hier schon gespielt. Den ersten Teil. Und ja. Das wird dann demnächst dann kommen. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Dann werden wir wieder wimmeln. Ist glaube ich auch nicht so alt. Vielleicht. Morgen weiß ich noch nicht. Vielleicht fangen wir morgen damit an. Vielleicht. Bin mir aber noch nicht ganz sicher. Müssen wir mal schauen. Spark. See. So. Lass uns noch ein bisschen die Credits durchlaufen. Ja. Es hat mir echt sehr viel Spaß gemacht mit euch wieder hier. Im Let's Play. Und ich freue mich sehr, dass wir es durch haben. Das heißt. Ich kann die Folgen dann demnächst dann uploaden. Auf YouTube. Und hochladen. Und dann kann man es sich dann da nochmal angucken. Es war sehr lustig. Es war echt. Wieder eine grandiose und eine hochkaratierte Story. Die fesselnd und packend war. Und ich glaube es läuft nochmal durch. Und wir gehen mal.